Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen. Mit 15 Tagen Verspätung zu dem Livestream Grundlagen der Schüßler-Salze mit dem Thema Gehirn- und Nervensystem. Zu Beginn möchte ich einen wichtigen Hinweis bringen. Bitte beachten Sie, dass die Hinweise und Aussagen in diesem Livestream niemals die Behandlung eines erfahrenen Therapeuten ersetzen können. Grundsätzliches zum Thema Gehirn- und Nervensystem wird allgemein viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Das Gehirn ist die Schallzentrale des Körpers und hier laufen alle Fäden zusammen, die im Körper so rund laufen. Und das Nervensystem verbindet die einzelnen Teile des Körpers, um alle Lebensvorgänge miteinander in Einklang zu bringen. Gehirn- und Nervensystem steuern auch sämtliche Organfunktionen. Und das Gehirn- und Nervensystem steuert auch die Aufnahme und die Verarbeitung von Reizen. Und sie steuern die Sinnesorgane, das Sehen, das Hören und das Gleichgewicht, das Riechen, das Schmecken und das Fühlen. Was ist das Nervensystem? Das Nervensystem ist die Gesamtheit aller Nervengewebe im Körper. Und das Nervensystem wird nach unterschiedlichsten Kriterien eingeteilt. Man kann das zum Beispiel nach der Lage einteilen. Dann unterscheidet man das in ein zentrales Nervensystem und in ein peripheres Nervensystem. Und das zentrale Nervensystem, das ist das Gehirn und das Rückenmark. Und das periphere Nervensystem dient zur Verbindung zwischen dem zentralen Nervensystem, also Gehirn und Rückenmark und sämtlichen peripheren Organen. Und wenn man das nach der Funktion einteilt, das Nervensystem, dann kann man das so einteilen, dass man das in ein somatisches Nervensystem und in ein vegetatives Nervensystem einteilt. Und das somatische Nervensystem, das steuert zum Beispiel die Skelettmuskulatur, die bewusste Wahrnehmung und alle bewussten Handlungen. Also das alles, was wir bewusst machen. Und das vegetative Nervensystem, das steuert die unbewusste Tätigkeit, die automatische Tätigkeit, die wir nicht mit unserem Willen irgendwie beeinflussen können. Nun, es gibt gewisse Dinge, da kann man mit dem Willen, wenn man richtig mit der Atmung und mit dem Willen gemeinsam, kann man schon auch das eine und andere vegetative Geschehen leicht beeinflussen. Aber im Grunde ist es nicht bewusst stark beeinflussbar. Das sind nur ganz geringe Möglichkeiten der Einflussnahme. Das Hirn- und Rückenmark bilden ja zusammen das zentrale Nervensystem und sind eine funktionelle Einheit. Und das ist die hauptsächliche Schallzentrale. Und Gehirn- und Rückenmark, das zentrale Nervensystem, ist der souverän im Körper. Derjenige, der regiert, der was zu sagen hat. Und der, der alleine was zu sagen hat. Und Gehirn- und Rückenmark, also das zentrale Nervensystem, genießt einen ganz besonderen Schutz auf verschiedenen Ebenen. Und zwar ist es einmal umhüllt von festen Knochen. Das Gehirn vom Schädel und die Wirbelsäule umhüllt das Rückenmark. Und da sind sie von außen sehr gut geschützt. Und beides, Gehirn- und Rückenmark, ist von einer Hirnhaut umgeben, um es auch nochmal zusätzlich zu schützen. Und dann gibt es eine Blut-Hirn-Schranke und eine Blut-Rückenmark-Schranke, sodass das Blut, was ja durch den ganzen Körper fließt, eben nicht ungehindert alles in das Gehirn oder ins Rückenmark hineinbringen kann. Also gewisse Dinge müssen draußen bleiben, wie zum Beispiel gewisse Makromoleküle, bestimmte Giftstoffe. Die können also die Blut-Hirn-Schranke oder die Blut-Rückenmark-Schranke nicht überwinden. Und das ist auch sehr gut so. Aber es gibt noch weitere Schutzmaßnahmen. Das ist noch nicht alles. Das Gehirn- und Rückenmark haben ein eigenes Immunsystem, was also nicht mit dem Immunsystem des übrigen Körpers zusammenarbeitet. Das ist die Mikroglia. Die geht also ganz anders vor als das Immunsystem des übrigen Körpers. Und dann haben wir noch etwas, was komplett abgekoppelt ist. Das ist das Reinigungssystem. Unser Reinigungssystem im Körper ist normalerweise das lymphatische System. Aber das lymphatische System geht eben nur bis an die Grenzen des Gehirns- und Rückenmarks und ist also dort nicht mehr zu finden. Und wir haben dieses abgekoppelte Reinigungssystem im Gehirn- und Rückenmark, was glymphatisches System genannt wird. Und das glymphatische System ist noch gar nicht mal so lange entdeckt worden, vor so langer Zeit. Und zwar erst, glaube ich, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, erst 2012. Das ist also eine erst ziemlich neue Erkenntnis. Und das glymphatische System ist das Reinigungssystem und die Müllabfuhr des zentralen Nervensystems. Und im Gehirn findet ein enormer Energieumsatz statt. Dadurch fallen auch ganz große Mengen an Stoffwechselabfall an. Das sind pro Tag mehrere Gramm, ich glaube insgesamt sieben Gramm Stoffwechselabfall, der also im Gehirn durch die Gehirntätigkeit entsteht. Und das Gehirn braucht 25 Prozent der gesamten Energie für sich allein. Also ein Viertel der Energie braucht unser Gehirn, Tag und Nacht. Und durch diesen enormen Energieumsatz fällt auch natürlich sehr viel Stoffwechselabfall an. Und das glymphatische System ist ein höchst effektives Drainagesystem im zentralen Nervensystem, also im Gehirn und im Rückenmark. Und es leitet die Abfallprodukte aus dem Gehirn und dem Rückenmark heraus und gibt diese dann an das Lymphsystem weiter, damit dieses das dann auch verarbeiten kann dann. Aber das Lymphsystem hat im Gehirn und im Rückenmark nichts zu sagen. Und das glymphatische System arbeitet vor allem im Schlaf. Und es braucht für diesen täglichen Reinigungsprozess etwa acht Stunden. Und das bedeutet, dass also wir auch ausreichend Schlaf brauchen, damit dieser Reinigungsprozess des glymphatischen Systems auch richtig ablaufen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Und was zählt außerdem zum Nervensystem? Zum Nervensystem zählen die Augen und die Ohren und der Geruchssinn, also das Riechen, der Geschmack, der Geschmackssinn und der Tastsinn. Alles, was wir fühlen und ertasten können, das gehört also auch mit zum Nervensystem. Und das sind auch unsere fünf Sinne, die wir kennen. Aber es gibt Wissenschaftler, die sagen, es gibt auch noch einen weiteren Sinn. Das ist der Gleichgewicht. Unter dem sechsten Sinn steht unter dem sechsten Sinn landläufig was ganz anderes. Und Kurt Hickett hier sagt über das Nervensystem auch ganz Interessantes. Und zwar Gehirn und Nerven stehen über allen anderen Organsystemen. Die Leistungsfähigkeit von Hirn, Rückenmark und Nerven schafft erst die Lebens- und Arbeitsmöglichkeit für die Organe. Und ohne Nervenkraft gibt es keinerlei Organleistung. Und Hickett hier sagt auch noch, der Ruin der Nervenkräfte führt zu Siechtum und zum Versagen wichtiger Organe. Und deswegen sagt auch Hickett hier, rettet die Nerven. Und die Therapie bei Hickett hier, die Kur nach Hickett hier, ist vor allen Dingen eine Maßnahme zur Hebung, zur Schonung und zur Ertüchtigung der Schaffenskraft und der Lebensfähigkeit durch Unterstützung des gesamten Nervensystems. Und daraus, aus der Kur nach Hickett hier, hat sich dann auch die Seeschulung nach Hickett hier herauskristallisiert. Die ja auch letztendlich, auch wenn es ums Sehen geht, vor allen Dingen nur zur Stärkung der Nervenkräfte dient. Und da die Augen eben ein Teil des Nervensystems sind, diese sich dann darüber auch deutlich bessern können. Dann habe ich noch ein paar Zahlen zum Gehirn- und Nervensystem. Das Gehirn wiegt ca. 1,3 Kilogramm. Das ist nicht so viel. Und alle anderen Nerven zusammen wiegen ca. 700 Gramm. Also insgesamt kann man davon sagen, wiegen Gehirn und Nerven insgesamt 700 Gramm. Und das ist insgesamt vom Körpergewicht allerhöchstenfalls 3%. Sehr wenig. Und die Nervenbahnen des erwachsenen Gehirns sind 5,8 Millionen Kilometer lang, wenn man sie alle aneinanderreiht. Das heißt, die Nervenbahnen, die sind ganz, ganz winzig, fein und dünn. Und deswegen haben wir eben, wenn wir sie aneinanderreihen, 5,8 Millionen Kilometer lange Nervenbahnen. Und das Rückenmark, das ja auch praktisch aus dem Gehirn heraus praktisch ein Strang an Nervenkabeln ist oder Nervenfasern ist, der ja auch mit Hirnhaut umgeben ist, besteht beim ersten Halswirbel, also dem obersten Halswirbel aus 4 Milliarden Nervenfasern. Hier oben beim obersten Halswirbel haben wir eben so viele Nervenphasen, das ist 4.000 mal eine Million. Ich finde das hochinteressant. Und das Gehirn besteht zu 80% aus Wasser. Und das Gehirn verbraucht ständig 25% der Gesamtenergie des Körpers. Und es beansprucht für sich 15% des Blutvolumens. Und insgesamt fließen am Tag ein Kubikmeter Blut, also 1.000 Liter Blut etwa durch das Gehirn pro Tag. Das ist eine Unmenge. Und da Energie ja vor allen Dingen durch Sauerstoff erzeugt wird und wir wissen, dass das Blut den Sauerstoff zu den Zellen bringen soll, bringt das Blut in diesen 1.000 Litern pro Tag auch Unmengen an Sauerstoff herbei. Was beeinträchtigt das Nervensystem? Das ist eine ganze Menge, das sollten wir uns mal genauer anschauen. In allererster Linie Genussmittel, die Koffein enthalten, Theophyllin, Theobromin, Alkohol und auch Nikotin. Rauschmittel, natürliche oder künstliche Drogen beeinträchtigen das Nervensystem. Betäubungsmittel wie Narkotika und Schmerzmittel. Synthetische Süßstoffe wie Aspartam beeinträchtigt auch das Nervensystem. Oder künstliche Geschmacksstoffe, die man als Aromastoffe bezeichnet. Und diese künstlichen Geschmacksstoffe dürfen auch teilweise als natürliche Aromen bezeichnet werden. Geschmacksverstärker wie Glutaminsäure, künstliche Riechstoffe wie wir sie beim Parfum haben. Und Konzentrate ätherischer Öle. Chemische und genmanipulierte Medikamente beeinträchtigen das Nervensystem. Chemikalien, Desinfektionsmittel, Stress und Unruhe. Erger, Mangelnder Schlaf, Mangel an freier und frischer Luft und Mangel an Sonnenlicht und die Überreizung aller Sinne. Sorgen und Grübeln kommen dann noch zum Schluss dazu. Und Hegetier sagt zu Sorgen und Grübeln ganz einfach Vorderhirnakrobatie oder Verstandesakrobatie. Das alles beeinträchtigt das Nervensystem. Und welche Schüsselersalze sind jetzt wichtig für die Nerven und für das Gehirn? Oftmals hört man nur wenige Schüsselersalze, die für das Nervensystem genannt werden. Vor allem die Nummer 5 wird immer genannt. Manchmal auch die Nummer 7, Magnesiumphosphoricum. Und auch schon mal die Nummer 11, das Silicea. Und hin und wieder werden auch noch andere Schüsselersalze erwähnt. Aber Gehirn- und Nervensystem haben sehr vielfältige und vielseitige Funktionen. Und deswegen sind nicht nur ein, zwei oder drei Mittel bei den Schüsselersalzen für das Gehirn- und Nervensystem verantwortlich. Sondern alle 11 Originalmittel sind wichtige Mittel fürs Gehirn und fürs Nervensystem. Schauen wir uns doch mal die einzelnen Mineralsalze mal genauer an. Die Nummer 1, das Calciumfluoratum, ist wichtig für die Elastizität und die Beweglichkeit. Calciumfluoratum bildet das Elastin, was eben für die Beweglichkeit und Elastizität von besonderer Bedeutung ist. Und baut auch die Blut-Hirn-Schranke und die Blut-Rückenmark-Schranke auf. Und hält diese auch elastisch. Und es hat auch die elastischen Anteile der Hirnhaut zu bilden. Und gesunde, aktive Gehirn- und Nervenzellen stehen, wenn sie in Aktion sind, immer in einer Schwingung. Diese Schwingung ist durch bildgebende Verfahren darstellbar. Zum Beispiel durch die Magnetresonanz. Das geht aber so schnell, diese Schwingung, dass das nur als eine Vibration der Zellen wahrnehmbar ist. Und wenn sie aktiv sind, die Gehirn- und Nervenzellen, brauchen sie auch viel Calciumfluoratum. Und fehlt Calciumfluoratum, dann sind all diese Dinge nicht mehr richtig funktionsfähig. Und dann können wir mit Konzentrationsproblemen zu tun haben. Oder es können sich Lärmstörungen zeigen. Oder Wetterfühligkeit kann sich zeigen. Oder auch Schwindel. Oder eine Innenohrschwerhörigkeit kann durch den Calciumfluoratumangel ausgelöst werden. Durch die fehlende Elastizität des Trommelfelds. Aber Innenohrschwerhörigkeit ist auch sehr facettenreich. Und hat auch viele, viele Ursachen, die nicht alle durch Schüsselersalze beeinflussbar sind. Dann der Tinnitus. Also Geräusche, Ohrgeräusche. Die Hornhautverkrümmung am Auge, die dann auch zu Doppelsehen führt, kann durch den Calciumfluoratumangel ausgelöst werden. Schielen kann durch Calciumfluoratumangel ausgelöst werden. Und auch Kurzsichtigkeit oder Weitsichtigkeit. Und auch selbst eine Netzhautablösung kann durch einen Mangel an Calciumfluoratum ausgelöst werden. Und bei einer Gehirnerschütterung, bei einem Unfall, wo das Gehirn sehr stark erschüttert wird, braucht das Gehirn zur ersten Hilfe Calciumfluoratum. Weil hier dann durch diese schwere Erschütterung dann die Elastizität des Gehirns eben nicht mehr ganz in Ordnung ist. Und diese wieder durch Calciumfluoratum zurückgebracht werden muss. Das nächste Mineralsalz ist die Nummer 2, das Calciumphosphoricum. Und Calciumphosphoricum ist wichtig zur Stärkung des Parasympathikus. Der Parasympathikus ist der Teil des vegetativen Nervensystems, der die Aufgabe hat, das Nervensystem in die Ruhe zu bringen, das wir loslassen können. Und Calciumphosphoricum bildet aus Eiweißen Nervenzellen, Gehirnzellen und auch Neurotransmitter. Die ganz wichtig sind, damit eben Nervenimpulse von Nervenzelle zu Nervenzelle weitergeleitet werden können. Und Calciumphosphoricum bildet auch unter anderem die Mikroglia, die ja das Immunsystem des zentralen Nervensystems bildet. Und auch beim Aufbau der Bluthirnschranke oder der Blutrückenmarkschranke braucht es auch das Calciumphosphoricum. Weil Calciumphosphoricum bildet und bindet Eiweiße und all diese Dinge, die ich jetzt genannt habe, also Zellen, Nervenzellen, Gehirnzellen, Neurotransmitter, die Mikroglia und auch Teile der Bluthirnschranke oder der Blutrückenmarkschranke, die bestehen vor allen Dingen aus Eiweißen, die eben mit Hilfe von Calciumphosphoricum gebildet werden. Daher ist dieses Mineralsalz auch ein ganz wichtiges Salz für eben das Gehirn und das Nervensystem. Da dieses Mineralsalz den Parasympathikus stärkt, beruhigt es auch das Nervensystem und fördert die Entspannung und das Loslassen. Und es beruhigt die Skelettmuskulatur. Und bei einem Mangel an Calciumphosphoricum führt das zu Krämpfen der Skelettmuskulatur. Und wenn also wir einen Wadenmuskelkrampf, einen Schreibkrampf haben oder sonst irgendwas, brauchen wir zur Beruhigung oder zur Stärkung des Parasympathikus eben Calciumphosphoricum und damit kann sich dann dieser Muskelkrampf der Skelettmuskulatur dann lösen. Und Calciumphosphoricum ist auch gerade auch ein sehr wichtiges Mineralsalz, wenn eine Epilepsie vorliegt oder wenn Absancen, also die ja auch, wenn sie stärker werden, zu epileptischen Anfällen werden können, damit diese auch in die Ruhe kommen können. Also Calciumphosphoricum bewirkt auch eine Beruhigung der Gehirnströme. Und es reguliert über den Parasympathikus auch den Blutdruck. Und es wird vor allen Dingen bei hohem Blutdruck gebraucht und auch bei Blutdruckkrisen. Und es reguliert auch den Augeninnendruck. Also das ist ja auch, wenn das Augenwasserkammer dann nicht abfließen kann und dann der Druck eben im Auge immer höher wird, dann, das nennt man dann Glaukom oder grüner Starr. Ja, Calciumphosphoricum reinigt auch die Hirnrückenmarksflüssigkeit, also den sogenannten Liquor von Eiweißen. Ist also etwas, was auch das glymphatische System sehr stark unterstützt. Und deswegen wird auch dieses Mineralsalz vor allen Dingen in der Nacht auch gebraucht, eben um das Gehirn zu reinigen. Weil ja dieser Reinigungsprozess vor allen Dingen während des Schlafes stattfindet. Und ein Mangel an Calciumphosphoricum kann auch zu Einschlafstörungen oder Durchschlafstörungen führen. Dann, wenn wir dann zum Beispiel so nachts gegen zwei Uhr aufwachen, wenn wir die Sommerzeit haben, ist es dann so um drei Uhr herum. Das ist dann typisch für Schlafstörungen, die durch einen Calciumphosphoricumangel ausgelöst worden sind. Dann kann durch das Nicht-Loslassen-Können es zu Depressionen führen, dass also wir niederziehende Gedanken haben, die uns immer mehr befallen und die wir nicht loslassen können. Und da spielt also auch Calciumphosphoricum eine ganz wichtige Rolle, dass wir diesbezüglich auch in die Ruhe kommen. Auch bei Angst, bei Ängstlichkeit oder sogar bei Panikattacken kann Calciumphosphoricum sehr wichtig werden. Auch bei vielen psychischen Störungen kann es seinen Einsatz finden. Und es wird auch der Seelentröster nach schweren Erlebnissen genannt. Dann wird Calciumphosphoricum auch notwendig sein bei Migräne oder Kopfschmerzen und bei Schwindel ist auch dieses Mineralsalz manchmal ganz wichtig. Und beim Schlafwandeln ist also etwas, was also auch vor allen Dingen bei Menschen mit einem starken Calciumphosphoricumangel auftritt. Und Neuroinflammationen können durch Calciumphosphoricum-Mangel entstehen. Was ist das? Das sind entzündliche Prozesse im Bereich des zentralen Nervensystems und also in des Gehirns und des Rückenmarks. Alzheimer oder auch Parkinson oder Multiple Sklerose kann ausgelöst werden durch Calciumphosphoricum-Mangel. Das nächste Mineralsalz ist dann die Nummer 3, das Ferrumphosphoricum. Und Ferrumphosphoricum ist ein ganz wichtiges Mineralsalz für die Sauerstoffversorgung, vor allen Dingen eben für den Sauerstofftransport. Und Sauerstoff ist das Lebensmittel Nummer 1, denn das Gehirn kann nur 3 Minuten ohne Sauerstoffzufuhr überleben und sobald länger der Sauerstoff ausbleibt, dann sterben die ersten Gehirn- und Nervenzellen ab. Und der Sauerstoff wird eben für die Energiegewinnung benötigt und für die Energiebereitstellung. Und das Gehirn braucht ja etwa 25% der Gesamtenergie des Körpers für sich allein. Also das Gehirn- und Nervensystem brauchen große Mengen Sauerstoff, dauerhaft, Tag und Nacht. Und Ferrumphosphoricum ist wichtig, das erste Entzündungsstadium zu regeln. Das ist das Stadium der akut entzündlichen Prozesse, also eine akute Neuroinflammation, also wenn sie gerade neu beginnt, akut ist. Da ist Ferrumphosphoricum wichtig, auch bei einer akuten Binderhautentzündung oder bei einer akuten Mittelhautentzündung oder bei einer Meningitis, einer Gehirnhautentzündung. Und bei der Gehirnerschütterung ist auch Ferrumphosphoricum ein Mittel der ersten Hilfe. Wir hatten das ja auch schon bei der Nummer 1 erwähnt. Kommen wir zur Nummer 4, zum Kaliumchloratum. Ein Kaliumchloratum bildet die Mikroglia, die ja das Immunsystem des zentralen Nervensystems bildet. Und es bildet auch Neurohormone im Hypothalamus. Das ist unter dem Gehirn ein Teil oder im Gehirn, in dem praktisch Hormone im Nervensystem gebildet werden. Und die werden mit Hilfe von Kaliumchloratum gebildet. Und auch für den Hypophysen-Hinterlappen, also der Hirnanhangdrüse, ist Kaliumchloratum wichtig, ebenso für die Zirbeldrüse. Es steuert den hormonellen Regelkreislauf. Und das Nervensystem ist ganz eng mit dem hormonellen System verzahnt. Und auch Kaliumchloratum steuert das glymphatische System. Kaliumchloratum, also die Entgiftung des Gehirn- und Rückenmarks. Und Kaliumchloratum ist wichtig, das zweite Entzündungsstadium zu regeln. Das zweite Entzündungsstadium ist das Stadium der chronisch entzündlichen Prozesse. Und dann haben wir zum Beispiel chronische Nervenentzündungen oder eine chronische Bindehautentzündung oder auch eine Makuladegeneration oder eine chronische Mittelohrentzündung. Eine Innenohrschwerhörigkeit kann damit zusammenhängen und auch Tinnitus. Auch die Multiple Sklerose ist eine Erkrankung, die ja durch entzündliche Schübe sich aufmerksam macht. Und diese braucht auch Kaliumchloratum, um wieder abzuheilen. Alzheimer wird ausgelöst durch Kaliumchloratum-Mangel. Und dann hat Kaliumchloratum auch Drogen abzubauen. Und das nächste Mineralsalz ist dann die Nummer 5, das Kaliumphosphoricum. Und Kaliumphosphoricum bildet Lecithin. Und Lecithin ist eine ganz wichtige Eiweißverbindung, die Gehirn- und Nervenzellen bildet. Und daher spielt Kaliumphosphoricum schon auch eine ganz wichtige Rolle für das Gehirn- und Nervensystem. Und es ist auch für den Aufbau der Zellmembranen verantwortlich. Also auch der Zellmembranen in den Nerven- und Gehirnzellen. Und Kaliumphosphoricum steuert den Sympathikus. Und der Sympathikus ist der Teil des vegetativen Nervensystems, der die Aufgabe hat, eben den Antrieb im Körper zu regeln. Dann wirkt Kaliumphosphoricum antiseptisch. Und es ist also auch für den Aufbau der Blut-Hirn- und Blut-Rückenmark-Schranke, also das Lecithin, wird also auch hier für den Aufbau dieser Blut-Hirn- und Blut-Rückenmark-Schranke benötigt. Ein Mangel an Kaliumphosphoricum zieht dann eine ganze Menge an Problemen nach sich, zum Beispiel eine Antriebsschwäche oder Verstimmungen der Willenskraft, Überhauptverstimmungen, Weinerlichkeit, Zaghaftigkeit, Platzangst, Agoraphobie, Ängstlichkeit. Also nicht jetzt Angst an sich, sondern eine Ängstlichkeit, die aus der Zaghaftigkeit, aus dem Antriebsmangel heraus entsteht. Also auch Angststörungen, die aus dem Antriebsmangel entstehen. Auch Angstneurosen können daraus entstehen. Und dann schwindende Nerven- und Lebenskraft wird also auch durch einen Mangel an Kaliumphosphoricum ausgelöst. Dann Lähmungen entstehen durch diesen Mineralsatzmangel. Oder wenn Lähmungen zum Beispiel durch Unfälle oder andere Dinge passieren, dann ist dieses Mineralsalz auch das Mittel der ersten Hilfe, um gegen diese Lähmungserscheinungen dann auch anzugehen. Auch Schwindel kann ausgelöst werden durch diesen Mineralsalzmangel und ebenso die Vergesslichkeit. Aber auch die Demenz und alles, was damit zusammenhängt. Der Alzheimer und Depressionen können ausgelöst werden. Psychosen, aber die hatte ich ja auch schon erwähnt. Und dann Belastung durch Drogen und Alkohol können also auch den Kaliumphosphoricummangel dann auch noch verstärken. Und niedriger Blutdruck, aber auch leider Blutdruckkrisen, also extrem hoher Blutdruck, kann durch einen Mangel an Kaliumphosphoricum ausgelöst sein. Und das nächste Mineralsalz ist dann die Nummer 6, das Kaliumsulfuricum. Und Kaliumsulfuricum hat die Aufgabe, Deckewebe zu bilden. Und ist daher auch zum Beispiel wichtig, um die Bluthirnschranke und die Blutrückenmarkschranke zu bilden. Und auch übrigens die Gehirnhaut. Und es ist wichtig für das dritte Entzündungsstadium. Und das dritte Entzündungsstadium ist das Stadium, wir haben insgesamt drei Entzündungsstadien, von denen Schüßler immer spricht. Wir haben ein akutes Stadium, das erste, das chronische, das ist das zweite. Und das dritte Entzündungsstadium ist das Wiederherstellungsstadium oder das Stadium der ausheilenden entzündlichen Prozesse, kann man es auch nennen. Und deswegen kann also auch bei Nervenentzündungen Kaliumsulfuricum wichtig sein, auch bei der Bindehautentzündung, bei der Mittelohrentzündung und bei der Klaustrophobie, bei der Angst vor engen geschlossenen Räumen, die fälschlicherweise Platzangst bezeichnet wird. Das ist aber die Angst vor engen geschlossenen Räumen. Und Beklemmungen werden durch einen Mangel an Kaliumsulfuricum ausgelöst. Und durch diese klaustrophobischen Zustände, Beklemmungen, können also auch Angst- und Panikattacken dann entstehen. Und auch Migräne kann hier die Folge durch diesen Mineralsalzmangel sein. Das nächste Mineralsalz ist dann die Nummer 7, das Magnesiumphosphoricum. Und Magnesiumphosphoricum ist für das zentrale und auch für das periphere Nervensystem von besonderer Bedeutung. Und wenn man jetzt von der Einteilung nach der Lage geht, aber es ist auch für das vegetative Nervensystem und auch für das somatische Nervensystem wichtig. Also für das gesamte Nervensystem. Und es ist also für die automatische Tätigkeit vor allen Dingen verantwortlich. Und Magnesiumphosphoricum ist auch wichtig für die Hormone, für die Bildung der Neurohormone, die also ja im Nervensystem dann produziert werden. Und dann eben dafür sorgen, dass in der Hypophyse dann auch die entsprechenden Hormone gebildet werden, die dann den hormonellen Regelkreislauf dann auch dann steuern. Und auch die Zirbeldrüse braucht Magnesiumphosphoricum. Und die Zirbeldrüse ist ja zum Beispiel ganz wichtig, um Melatonin zu bilden. Und Melatonin ist ja auch wichtig, damit unser Schlaf- und Wachrhythmus richtig abläuft. Also Magnesiumphosphoricum steuert den gesamten hormonellen Regelkreislauf. Und es steuert auch das glymphatische System. Es ist wichtig, um Herzrhythmusstörungen zu beenden. Ein Mangel führt also auch unter anderem zu Herzrhythmusstörungen. Und auch einen hohen Blutdruck kann man durch den Mangel an Magnesiumphosphoricum bekommen. Aber auch einen niedrigen Blutdruck, weil das Nervensystem hier in seiner Steuerung des Blutdrucks dann eben gestört ist durch den Magnesiumphosphoricumangel. Auch die Trigeminusneuralgie, die sehr schmerzhaft ist, die dann auch mit ziehenden, stechenden Schmerzen so in dem Gesicht dann auftritt, die kann also durch Magnesiumphosphoricumangel ausgelöst werden. Auch Nervenzusammenbrüche können entstehen. Zittern, Koliken und auch Migräne kann ausgelöst werden durch Magnesiumphosphoricumangel. Das nächste Mineralsalz ist dann die Nummer 8, das Natriumchloratum. Und Natriumchloratum ist wichtig, um Gehirn- und Nervenzellen zu bilden. Und Natriumchloratum bildet Schleimstoff, Muzin, was also auch zum Aufbau neuer Zellen wichtig ist und auch für die Erhaltung neuer Zellen. Und es bildet und reinigt die Hirnrückenmarkflüssigkeit, den sogenannten Liquor und ist also auch dafür verantwortlich, dass dieses gereinigt wird. Hat also somit auch einen ganz wichtigen Einfluss auf das glymphatische System. Und Natriumchloratum ist für die Ernährung der Gehirn- und Nervenzellen wichtig. Und bei einem Mangel können wir brennende Schmerzen haben, können auftreten, also brennende Nervenschmerzen. Auch die Trigeminusneuralgie kann sich durch brennende Schmerzen bemerkbar machen. Sie können entweder ziehend stechend sein, dann braucht es die Nummer 7, das Magnesiumphosphoricum. Und sind sie aber brennend, dann ist es Natriumchloratum, was benötigt wird. Und Natriumchloratum ist ja auch wichtig bei Vergesslichkeit. Der Mangel kann also Vergesslichkeit fördern, kann auch Demenz und Alzheimer fördern und kann auch Auslöser von Migräne sein. Und Natriumchloratum wird auch benötigt für den Abbau von Drogen, von Nikotin und auch Alkohol. Und die Nummer 9, das Natriumphosphoricum, bildet vor allen Dingen Gehirn- und Nervenzellen. Und zwar die fetthaltigen Anteile. Das Gehirn und die Nerven brauchen sehr viel Fett. Und ohne Fett, in der Nahrung zum Beispiel, können Gehirn- und Nervenzellen nicht richtig funktionieren. Und ich weiß nicht warum heutzutage immer wieder so erzählt wird, wir müssen fettreduziert essen. Weil das mag zwar dann äußerlich gut aussehen, aber wenn dann das Gehirn und die Nervenfett reduziert sind, dann gibt es hier doch riesige funktionelle Störungen, die dann auch das Wohlbefinden im Körper durcheinander bringen. Also Fett ist nicht immer gefährlich. Und Natriumphosphoricum bildet dann auch die weiße Gehirnsubstanz, die Substantia Alba. Und es ist auch am Aufbau der Bluthirnschranke und Blutrückenmarksschranke mit beteiligt. Und ein Mangel an diesem Mineralsalz kann zur Harnübersäuerung führen, was für das Gehirn und für das Nervensystem nicht so gut ist. Und das kann dann die Funktion der Nervenfäden dann also auch beeinträchtigen und kann auch die Nerven reizen, diese Harnübersäuerung im Gewebe. Und dann auch zu überempfindlichen Nerven führen, wenn die Harnübersäuerung sehr stark ist. Und dann können auch die Sinnesorgane überreizt sein. Zum Beispiel die Augen oder das Gehör oder der Geschmack oder der Geruch kann überreizt sein. Oder auch der Tastsinn kann überreizt sein. Und das kann dann auch zu weitreichenden Störungen des Wohlbefindens führen. Und auch Neuralgien, also Schmerzen, die im Bereich des Nervensystems auftreten, sind damit gemeint. Und das nächste Mineralsalz ist dann die Nummer 10, das Natrium-Sulfuricum. Und Natrium-Sulfuricum ist wichtig für den rückführenden Stoffwechsel, für den Abbau vieler Stoffwechselrückstände und für die Regelung des Zuckerstoffwechsels. Es ist für die Produktion des Glykogens verantwortlich, was eben auch im Körper dann überall gespeichert wird, in den Zellen, auch im Gehirn, um dort Energie mithilfe von Sauerstoff zu produzieren. Und deswegen spielt auch Natrium-Sulfuricum eine ganz, ganz wichtige Rolle, eben auch für den Energiehaushalt. Und Gehirn- und Nervensysteme brauchen eben sehr viel Glykogen, weil sie eben 25% der Energie des Körpers für sich beanspruchen. Und Natrium-Sulfuricum ist auch an der Reinigung der Hirn-Rückenmarkflüssigkeit beteiligt und unterstützt damit auch das glymphatische System. Und ein Mangel in diesem Bereich kann zu einem Hydrocephalus führen, wenn also dann das Wasser im Kopf dann ansteigt. Und das ist dann eine gefährliche Erkrankung. Da spricht man dann auch vom Wasserkopf. Und das ist also nicht lustig. Zum Glück kommt das heutzutage nicht so häufig vor. Und dann hat zum Beispiel Natrium-Sulfuricum auch einen Einfluss auf bestimmte sensorische Nervenfasern, zum Beispiel des Blasenmuskels oder des Schließmuskels, des Afters. Und wenn hier eine Störung der sensorischen Nervenfasern vorliegt, kann das dann eben bei der Blase zu einer Inkontinenz führen, also zu einem unwillkürlichen Abgang von Haaren oder wenn die Enddarmmuskulatur davon betroffen ist, dann kann das eben auch zu einem unwillkürlichen Abgang von Stuhl führen. Und wenn die motorischen Nervenfasern des Blasenmuskels oder des Enddarmmuskels eben gestört sind, kommt es dann zur Verhaltung von Haaren und Stuhl. Und dann kommen wir zur Nummer 11, zu Silicea. Und Silicea bildet Gehirn- und Nervenzellen und bildet auch die Hirnhaut und ist für die Leitfähigkeit der Nerven zuständig. Ein Mangel an Silicea kann dann zu einer übergroßen Geräusch- und Lichtempfindlichkeit führen, zu Reizleitungsstörungen, die können dann zu Zuckungen führen oder zu Zittern, zu Tremor. Das kann Schwindel verursachen und das kann Schlafstörungen verursachen, sodass also zum Beispiel wir zwar lange schlafen, aber nicht erquickend schlafen. Wir schlafen dann vielleicht sieben, acht, neun oder zehn Stunden und haben das Gefühl, vielleicht nur eine oder anderthalb Stunden geschlafen zu haben. Das kommt durch die Reizleitungsstörungen, durch den Silicea-Mangel. Und Phantomschmerzen können eben ausgelöst werden. Phantomschmerzen, wenn einem Menschen ein Glied amputiert wurde und die dann in diesem amputierten Glied dann Schmerzen haben, was ja nicht da ist. Diese Phantomschmerzen, die können mit Hilfe von Silicea dann beseitigt werden. Auch Migräne kann auftreten durch den Mangel an Silicea und auch dadurch dann eben auch gut behandelt werden. Und jetzt kommt natürlich die Frage, wo wir jetzt diese elf Mineralsalze besprochen haben, gibt es spezielle Nervenmittel? Und da muss ich gleich wieder sagen, Gehirn- und Nervensystem brauchen alle Schüßlersalze. Denn jedes Schüßlersalz hat seine ureigenen Wirkungen. Also jedes Schüßlersalz hat sein Wirkungsspektrum. Seine ihm eigene Art zu wirken. Und das ist auch im Nervensystem wichtig. Und jedes Schüßlersalz erfüllt zusätzlich zu seinem ureigenen Wirkungsspektrum drei Wirkungsgrundkriterien. Und zwar hat jedes Schüßlersalz etwas neu aufzubauen, in Betrieb zu halten und zu reinigen. Also jedes Schüßlersalz, dieser elf Salze, hat etwas aufzubauen, in Betrieb zu halten und zu reinigen als zu entgiften. Und je nach seinem ureigenen Wirkungsspektrum können daher alle Mineralsalze auch fürs Nervensystem wichtig sein. Also jedes Schüßlersalz arbeitet nach seiner naturvorgegebenen Bestimmung und erledigt so alle Aufgaben im Bereich Aufbau, Betrieb und Reinigung auch für das Gehirn und das Nervensystem. Ja, aber wie werden jetzt die Schüßlersalze für Gehirn und Nervensystem optimal verordnet? Und das mache ich über die traditionelle Antlitzdiagnostik nach Kurt Hicketier. Kurt Hicketier wurde 1891 geboren und starb 1958 und er begründete die Antlitzdiagnostik. Und was ist Antlitzdiagnostik? Die Antlitzdiagnostik diagnostiziert Mängel an Mineralstoffen nach Dr. Schüßler, also an diesen einzelnen Mineralstoffen. Und Hicketier bringt seine Antlitzdiagnose in einem Satz einfach auf den Punkt. Veränderungen auf der Haut sind Blüteninnerer Zustände. Also das, was im Körper abläuft, zeigt sich auf der Haut. Läuft alles gut, dann ist die Haut schön. Läuft manches schlecht, dann zeigen sich Veränderungen auf der Haut. Und deswegen kann man auch sagen, Schönheit kommt nur von innen und kann also nicht von außen irgendwie beeinflusst werden. Und wir können über die Schüßlersalze eben die Schönheit stärken, indem wir dann dem Körper wieder die richtigen Mineralsalze geben, sodass die Haut auch wieder schön werden kann. Und die Antlitzdiagnostischen Merkmale zeigen sich entweder durch Färbungen, durch Glanz oder durch strukturelle Veränderungen. Es gibt drei Hauptgruppen und insgesamt gibt es 24 Antlitzdiagnostische Merkmale, die auf der Gesichtshaut auftreten können, nach denen dann eben mit Hilfe der Antlitzdiagnose dann gesucht wird. Und schon Schüßler sagte, studiert die Antlitzdiagnostik. Er hat zwar nur nach der Symptomatik vor allen Dingen gearbeitet und hat die Symptomatik auch empfohlen, aber man kann aus seinem Buch herauslesen, dass er die Antlitzdiagnostik intuitiv beherrschte. Er konnte sie nur nicht beschreiben und er sagte auch, dass wenn man nach der Symptomatik geht, findet man oftmals nicht alle wichtigen Salze. Und das führt dann zu einem falschen Ergebnis und dann heißt es an Schüßlersalze helfen nicht. Wie oft habe ich schon gehört und gesehen, ja, Schüßlersalze habe ich zwei Jahre lang eingenommen und das war Mist, das war rausgeworfenes Geld, das ist alles nur Geldmacherei. Ja, wenn die nur irgendwelche Schüßlersalze nach irgendwelchen symptomatischen Mustern nur nehmen und nicht nach der Antlitzdiagnose, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass man auch nach zwei Jahren oder länger Schüßlersalzeinnahme keine Verbesserung gespürt hat. Und Schüßlersalzkuren nach der Symptomatik sind wie ein Blindflug oder wie ein blindes Kuhspiel. Blinde Kuhspiele sind zwar nett, haben auch eine gewisse Trefferquote und deswegen können sich auch diese Schüßlersalzkuren nach der Symptomatik auch immer noch halten. Man kann da immer wieder darüber lesen, aber das ist sehr, sehr unsicher. Und die Antlitzdiagnose weist immer auf die richtigen Salze. Man muss sie nur deuten können, die antlitzdiagnostischen Anzeichen. Und dann ist das Ergebnis, dass die Schüßlersalze nämlich helfen. Und deswegen studiert die Antlitzdiagnostik. Und die Antlitzdiagnostik erleichtert die Anwendung der Schüßlersalze und reduziert den Aufwand auf ein Minimum. Auch den Lernaufwand, mit dem man sich da beschäftigen muss. Die Antlitzdiagnose ist für mich die Königsdisziplin bei den Schüßlersalzen. Wie kann man die Antlitzdiagnostik lernen? Also, ein jeder Mensch, egal ob Therapeut oder Laie, kann es erlernen. Und die Laien dürfen es zwar nicht therapeutisch anwenden bei Fremden, können aber sich und ihren Lieben eben Hilfe zur Selbsthilfe geben. Und Hilfe zur Selbsthilfe ist auch ein Schritt in die Freiheit. Das ist auch ganz wichtig. Und zwar in die gesundheitliche Freiheit, sodass wir uns nicht abhängig machen. Und ich biete Intensivworkshops an für zwei Tage, wo wir in zwei Tagen so einen Ritt im Schweinsgalopp durch die Materie der Antlitzdiagnostik und Schüßlersalze machen. Oder ich biete richtige Ausbildungsseminare von zehn Tagen an. Und ich bin ein Freund des lebendigen Lernens von Angesicht zu Angesicht. Und deswegen, oder heutzutage wollen viele Bilder haben. Oder kann man das nicht per Videoaufnahme lernen? Ich sage, nein, geht nicht. Fotos, Videos und Online sind weder für eine Antlitzdiagnose geeignet, noch fürs Erlernen. Das ist leider so. Und wer das trotzdem anbietet, der ist meines Erachtens unseriös. Und das hängt einfach damit zusammen, dass unsere Augen nicht vergleichbar sind mit zum Beispiel einer Kamera, einer Fotokamera oder einer Filmkamera. Es heißt zwar immer, die Kameras sind unseren Augen nachgearbeitet. Aber unsere Augen haben Fähigkeiten zu sehen, die eine Kamera überhaupt nicht hat. Und unsere Augen allein sehen nicht, sondern sehen tut unser Gehirn. Und das ist etwas ganz Wichtiges auch zu wissen. Hicketier sprach immer davon, dass das Auge selber am Sehvorgang nur zu fünf bis höchstens zehn Prozent beteiligt ist. Und der Rest läuft im Gehirn ab. Es gab mal, oder ich habe mal einen Livestream über das Thema Augen durchgeführt. Da können Sie, der ist ja noch abrufbar bei YouTube, den können Sie sich gerne anschauen und sich da drin vertiefen. Aber ich biete auch diesbezüglich auch Seminare an. Zum Beispiel ein Workshop. Erstmal über die Antlitzdiagnostik. Ein Intensivworkshop Antlitzdiagnose und Schüsselersalze. Der nächste wird am 6.7. April 2024, also in Kürze, hier in Kemmenau stattfinden. Wenn Sie sich dafür interessieren, können Sie sich hier den QR-Code mal abfotografieren. Oder Sie folgen dem Link zu unserer Internetseite antlitzdiagnose-schüsseler-salze.de-veranstaltungen. Da kommen Sie dann zu allen unserer Seminarangeboten, was wir anbieten. Und als nächstes möchte ich Ihnen dann noch ein Online-Seminar anbieten. Also ich mache Online-Seminare, aber nicht zum Thema Antlitzdiagnose. Und zwar eben mit dem Titel Wege zum besseren Sehen. Da startet das nächste Online-Seminar in acht Einheiten am 9. April dieses Jahres. Und geht dann jede Woche eben immer um 19 Uhr, das ist immer dienstags, bis zum 28. Mai. Wo ich dann einführe in die Thematik der Sehschulung nach Hicketier. Das kann man online machen. Aber da manche Dinge online auch nicht so einfach sind, biete ich auch noch direkte Workshops hier an. Aber wenn Sie sich für dieses Online-Seminar interessieren, hier ist der QR-Code, um zu dem Online-Seminar Unterlagen zu kommen auf unserer Internetseite. Oder Sie gehen wieder auf unsere Internetseite unter antlitzdiagnose-schüsseler-salze.de unter Veranstaltungen. Und dann kann ich noch einen Workshop ankündigen mit dem Thema Wege zur vollen Sehkraft. Das sind dann drei Tage vom 20. bis 22. September 2024, wo dann also auch die Thematik der Sehschulung und auch der Thematik Nervensystem und Gehirn dann mal direkt vor Ort hier in Kemenau, dann auch bei uns im Haus und in der Natur, dann auch direkt durchgeführt wird. Hier ist der QR-Code dazu oder auch wieder der Link zu unserer Internetseite. Ja, und dann möchte ich nochmal auf unsere Bücher aufmerksam machen, auf das Buch Woran erkennt man? Da geht es, das ist eine Einführungsschrift in die Antlitzdiagnostik, wenige Seiten. Da werden keine antlitzdiagnostischen Anzeichen vorgestellt. Da wird der tiefere Sinn der Antlitzdiagnostik, warum es so wichtig ist, eben die Antlitzdiagnose auch in der heutigen Jetztzeit, in der Zeit des Atomzeitalters auch durchzuführen. Und dann das Buch Sonnerschau, das Buch Lehrbuch der Biochemie von Kurt Hicketier. Auch das ist auch etwas ganz Wichtiges, was ich dringend empfehlen kann für die, die sich mit dem Thema Antlitzdiagnostik beschäftigen wollen. Ja, und dann komme ich so langsam an das Ende meiner Ausführungen und ich sehe auch schon, dass hier im Chat schon einige geschrieben haben. Und ich schaue mal jetzt mal an, was so alles dort geschrieben steht. Im Übrigen, Sie finden auch in unserem Telegram-Kanal auch über 30 Stunden Vortragsmaterial. Also wer den Telegram-Kanal noch nicht kennt, ich kann Ihnen den empfehlen. Komplett kostenfrei können Sie dort auf die Inhalte zugreifen und haben dort über 30 Stunden eben Vortragsmaterial. in kleinen Podcasts aufgeteilt zu den unterschiedlichsten Themen, was ich so mache. So, hier kommt eine Frage. Hallo und vielen Dank für das tolle Live. Welche Salze würden Sie bei häufigen Panikattacken anraten? Ja, ich habe ja bei Panik ja schon erwähnt, dass dort das Calciumphosphoricum sehr gut ist als Mineralsalz, aber es kann außerdem Calciumphosphoricum doch noch weitaus mehr notwendig sein als nur dieses Mineralsalz. und deswegen gerade Panikattacken, damit es überhaupt nicht zu spaßen, da würde ich dringend empfehlen, dass man da eine Antlitzdiagnose macht. Aber man kann hier auch viel erreichen mit diesem Mineralsalz. Und im Übrigen, das hat jetzt mit Schüsselersalzen nicht viel zu tun, aber das kann man auch einsetzen bei Panikattacken oder Angstanfällen. Das ist aus dem Jinjinjitsu, dem japanischen Heilströmen, dass man dann praktisch den Zeigefinger der Hand mit den anderen Fingern, mit allen fünf Fingern der anderen Hand locker umfasst. Das ist also auch etwas, dieses Heilströmen, was also auch bei Angst- oder Panikattacken sehr gut hilft. Es ist egal, welchen Zeigefinger man nimmt, ob man von der rechten oder von der linken Hand nimmt, egal welchen, dem man gerade greifen kann. Das ist also auch für viele dann auch etwas, was man empfehlen könnte. Die nächste Frage, für die generelle Stärkung des Nervensystems, würden Sie dann alle elf Salze als Kur anraten? Das kann man machen, ja. Aber die Erfahrung sagt mir, dass das nicht nötig ist, alle elf Salze zu nehmen. Vier Mineralsalze sind in der Regel immer notwendig, meistens sind es fünf, manchmal sechs Mineralsalze, selten mehr. Aber Sie können sich nicht schaden, wenn Sie alle elf einnehmen. Hallo, was kann man bei Polyneuropathie in den Füßen machen? Ja, Polyneuropathie ist eine sehr häufig gestellte Diagnose heutzutage. Und ich frage mich in vielen Fällen, inwieweit die tatsächlich richtig ist, ja. Wenn die einmal gestellt wurde, wird die dann meistens auch von anderen Therapeuten dann auch wiederholt, wenn sowas mal im Raum ist. Wenn eine Schublade geöffnet ist, wird die häufig immer wieder genommen. Und ich setze immer die Schüßler-Salze ein nach der Antlitz-Diagnose. Und wenn Patienten eben zum Beispiel mit ihren Gelenken oder mit ihren Füßen irgendwelche Probleme haben, dann schaue ich mir auch die Gelenke an. Da arbeite ich zum Beispiel nach der manuellen Therapie nach Hicketier oder nach Dorn und kann dann hier dann manchmal auch Schmerzzustände beseitigen. Und da habe ich auch schon Leute gehabt mit sogenannter Polyneuropathie, die dann hinterher deutlich weniger Schmerzen oder gar keine mehr hatten. Also war das keine Polyneuropathie, würde ich mal sagen. Oder es war, wer weiß, was anderes. Deswegen, ich würde da grundsätzlich immer ganzheitlich arbeiten. Eben nicht nur allein nach der Antlitz-Diagnose, sondern auch noch eben andere Therapien, mit denen ich arbeite. Dann auch noch einsetzen. So, gehen wir zur nächsten Frage. Kann man bei Hunden mit extremer Nervenschwäche auch alle 11 geben? Natürlich kann man auch machen. Also mein Hund hat extreme Verlassensängste. Soll ich da auch mal alle auf einmal probieren? Sie können es gerne mal probieren. Vor allen Dingen die, die jetzt im Vortrag mal für Angst genannt wurden. Aber bei Hunden hat man vor allen Dingen bei überzüchteten Rassehunden sehr häufig, dass das Nervensystem total überzüchtet ist, ja, oder geschwächt ist. Aus welchen Gründen auch immer. Und manche Hunde sind auch schon sehr früh traumatisiert worden. Und da ist natürlich auch dann von den Schüstersalzen die Nummer 2, um loszulassen. Auch alte Ängste loszulassen. Das gilt für Tiere genauso. Bei Hunden kann man allerdings keine Antlitz-Diagnose machen. Da ist das Antlitz mit Fell bedeckt, ja. Und die Antlitz-Diagnose geht nur bei Menschen. Das ist aber eigentlich selbstredend. Neulich habe ich mal unter einem meiner Videos auch die Frage dann gelesen, wie kann man eigentlich bei Tieren eine Antlitz-Diagnose machen. Ich weiß nicht, ob diese Frage ernst gemeint war oder ob das wirklich ernst gestellt wurde. Aber die Antlitz-Diagnose ist für den Menschen, ja. Aber man kann natürlich auch bei Tieren an der Beschaffenheit des Felds erkennen, ob es einem Tier gut geht oder nicht. Und, aber das ist nicht so mein Metier. Aber ich behandle schon auch Tiere. Und auch erfolgreich. So, vielen Dank, Herr Deppke. Bin schon Jahre begeistert von Schüsselersalzen. Mir helfen sie immer. Helfen sie immer. Ach, das freut mich zu hören. Weil es gibt immer wieder welche, die sagen, nee, hilft mir nicht, ja. Aber dann frage ich mich immer, was machen die? Aber sie müssen was richtig machen. So, vielen Dank. Vielen lieben Dank im Voraus. Ach, das war auf die Frage mit der Stärkung des Nervensystems gemünzt. Genau. Kann man die Schüsselersalze auch überdosieren? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, auf meiner Internetseite habe ich dazu auch mal etwas geschrieben. Mal eine schriftliche Abhandlung dazu verfasst. Ja, ob man die überdosieren kann. Und dazu muss ich sagen, die Schüsselersalze kann man nicht überdosieren. Natürlich können sie eine große Dosis einnehmen. Aber sie können jetzt keine übermäßige Wirkung verursachen durch die Schüsselersalze. Außer, dass der viele Milchzucker dann eine Wirkung hat, die abführend ist. Und die Schüsselersalze werden ja homöopathisch aufbereitet, also die werden so verdünnt, dass sie in einer Verdünnung in der D6 von 1 zu einer Million sind und in einer D12 in einer Verdünnung von 1 zu einer Billion. Da ist also zwar Materie nachweisbar bei einer D6 und D12, die findet man dann auch. Aber wissen Sie, da können Sie auch große Mengen an Schüsselersalzen nehmen und sich überhaupt nicht mit diesem Mineralsalz, mit diesem verdünnten Mineralsalz in irgendeiner Weise belasten oder überlasten. Denn die Schüsselersalze werden nur über die Schleimhäute von Mund, Rachen und Speiseröhre aufgenommen. Sobald sie im Magen ankommen, werden diese Schüsselersalze durch die Magensäure so chemisch verändert, dass sie dann nicht mehr einfach aufgenommen werden. Und dann gehen sie durch den Darm raus und werden ausgeschieden, ohne dass da irgendetwas Negatives passiert. Der Milchzucker, der wirkt abführend. Das kann aber dann mal auch ein Reinigungsprozess sein, der jetzt also nicht gefährlich sein muss. Einen wunderschönen guten Abend und herzlichen Dank für den Vortrag. Ich habe eine Frage zu den Augen. Was kann man tun bei Ablagerungen im Auge, die dort hin und her schwimmen? Vielen Dank schon mal. Ich vermute mal, Sie meinen dieses Mückensehen. Man nennt es Muschvolant oder die Glaskörpertrübung. Das sind Hinweise, dass der Stoffwechsel im Glaskörper, also im Auge, nicht hundertprozentig abläuft. Und da kann man eben mit verschiedenen Übungen aus der Seeschulung, also nach Hicketier was machen. Vor allen Dingen mit der Losung, mit der Gedankenruhe, mit der inneren Ruhe, die man dort erreichen möchte. Aber auch über die Schüsselersalze und andere Übungen. Also da wäre vielleicht für Sie mal dieses Online-Seminar oder dieser Workshop im September zum Sehen auch mal interessant, wenn Sie da mal hinein steigen möchten. So, die Nummer 1 bei Hornhautverkrümmung. Ist somit möglich, die Hornhautverkrümmung rückgängig zu machen? Ja, teilweise kann man die rückgängig machen. Was macht die Hornhautverkrümmung? Die Hornhautverkrümmung, die entsteht ja auch durch ein Zusammenspiel mit den Augenmuskeln. Und wenn also ein, also dieses Auge ist eingebettet in ein riesengroßes Muskelpaket, so dass wir die Augen in jede Richtung bewegen können, nach oben, nach unten, zur Seite, schräg, rauf, runter. Und diese Muskeln, die werden aus dem Gehirn gesteuert. Und wenn da zum Beispiel ein Muskelstrang falsch angesteuert wird durch das Gehirn, dann kann es dazu führen, dass der mehr anspannt. Und dann hat das auf die Hornhaut eine Auswirkung. Und dann kann eine Hornhautverkrümmung sich auch zeigen. Das ist also auch ein Zusammenspiel mit dem Gehirn. Und deswegen ist eine Hornhautverkrümmung nicht unbedingt etwas, was also fest ist. Ich meine, was macht eine Hornhautverkrümmung? Die führt zu Doppelsehen. Wenn Sie mal, manche Menschen, bei manchen Menschen reicht das schon, dass sie ein bisschen Alkohol trinken und dann sehen die doppelt. Da haben Sie aber auch nur eine vorübergehende Sache. Und dann ist die auch wieder rückgängig, sobald der Alkohol abgebaut ist. Und das ist eine Störung des Gehirns durch den Alkohol. Und deswegen, da kann man auch vieles rückgängig machen. Und ja, am besten geht man aber da auch nach der Antlitzdiagnose. Nicht nur, dass man dann jetzt, ich habe jetzt die Eins gehört in diesem Vortrag, sondern das kann auch noch mit anderen Mineralsalzmängeln zusammenhängen. Vielen lieben Dank für Ihren Vortrag. Gerne. Guten Abend. Was hilft gegen Altersflecken im Gesicht und an den Händen? Ja, das sind ja auch Veränderungen auf der Haut, die also praktisch eine Blüte der inneren Zustände sind, wie Hicketier es sagt. Und es ist so, dass diese Altersflecken, wie man sie nennt, also schon auch ihre Ursache haben in einem Mineralstoffmangel. Da werden teilweise Dinge an der Haut abgelagert, unter der Haut abgelagert, die dann so Pigmente oder Pigmentstörungen verursachen. Und da würde ich nur nach der Antlitzdiagnose gehen. Das ist so unterschiedlich. Und dann kommt es darauf an, wie sind die Flecken? Sind sie weißlich? Sind sie gelblich? Sind sie bräunlich? Sind sie rötlich? Sind sie schwärzlich? Oder ist es eine Mischung von verschiedenen Dingen? Und da geht man am besten nach der Antlitzdiagnostik. Ich hatte noch eine Frage. Was kann man tun bei Osteoporose, die schon weit fortgeschritten und aktuell mehrere Wirbelbrüche? Ja, auf jeden Fall Schüsselersalze nach der Antlitzdiagnose. Ich meine, das ist jetzt nicht das heutige Thema, aber die Knochen werden durch Calciumphosphoricum aufgebaut, die Nummer 2. Aber die brauchen auch gleichzeitig die Elastizität, die Nummer 1, also Calciumfluoratum. Die brauchen auch Magnesiumphosphoricum, also die Nummer 7. Die brauchen auch Silicea, die Nummer 11. Die brauchen auch unter Umständen die Nummer 8, das Natriumchloratum. Und in den Knochen ist auch Caliumchloratum enthalten. Deswegen kann auch die Nummer 4 wichtig sein. Eventuell auch noch die Nummer 5, ja, oder die 9, 10 oder die 3, die wir noch nicht genannt haben. Und da gehe ich auch nur grundsätzlich nach der Antlitzdiagnose. Ja, vielen Dank für den Vortrag, war wieder sehr interessant. Dankeschön. Für das Lob, gibt es sonst noch irgendwelche Fragen? Weil jetzt habe ich alle Fragen beantwortet. Wenn nicht, würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal in... Ah, da kommt noch was. Wie lange würden Sie eine Kur zur generellen Stärkung des Nervensystems anraten? Ja, am besten so lange, bis das Nervensystem gestärkt ist. Tja, das kann, das ist individuell. Ja, und je nachdem, was das für eine Kur ist, ja, es gibt ja unterschiedliche Ansätze, die man sowas machen kann. Also wir haben zum Beispiel, ja, bieten wir zur Stärkung des Nervensystems und der Augen eben diese Therapieseminare Sehschulung an. Und da ist die Mindestdauer zwölf Tage, wo dann ganz intensiv gearbeitet wird. Das kann man dann noch um ein oder zwei Wochen verlängern. Und wenn Sie sowas machen, dann reicht sowas. Wenn Sie das zu Hause machen, dann kommt es darauf an, wie stark Sie sich dort in diese Sache hineingeben. Ja, wie stark Sie da mitmachen, was Sie alles machen. Deswegen gibt es da nicht so generell eine Empfehlung, drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen so eine Kur. Ich würde, gehe ja grundsätzlich nach der Antlitzdiagnose und da machen die Patienten nach der Antlitzdiagnose, nehmen Sie die Schüsselersalze ein und dann bestimmen Sie selber, wie viel, wie lange Sie das machen. Und ich habe Patienten, die das schon über Jahre lang regelmäßig nehmen. Das bestimmen Sie letztendlich, wie lange das dauert. Das hängt von Ihrem Wohlbefinden ab. Eine nächste Frage ist da, gibt es Schüsselersalze, die man nicht gleichzeitig nehmen sollte? Es gibt solche Behauptungen, dass man gewisse Schüsselersalze nicht miteinander kombinieren dürfte. Aber die halte ich für absolut unsinnig. Denn diese Mineralstoffe der Schüsselersalze kommen in jedem Lebensmittel, in jedem vollwertigen Lebensmittel vor. Die schwirren alle in unserem Blut. Und diese Mineralstoffe finden wir auch zum Beispiel im Quellwasser sehr häufig mit mehreren hintereinander. Und wissen Sie, wir sollten uns die Natur da als Vorbild sehen. Nicht irgendwelche Gedankenkonstrukte, die sich manche so ausdenken über die Wirkungsweise von bestimmten Dingen. Und die Natur bietet uns die Schüsselersalze grundsätzlich im Kombipack an. Und wenn das nicht richtig wäre, würde die Natur das nicht machen. Wenn das so wäre, dass die sich gegenseitig aufheben würden, bestimmte Mineralsalze, dann hätten wir in und um uns den Krieg der Mineralien. Haben wir aber nicht. Und deswegen ist es so, dass man hier ruhig alle elf miteinander kombinieren kann. Hier ist nochmal eine, wenn einem irgendwas gut tut, warum sollte man es abbrechen? Ja genau, warum sollte man irgendetwas, was einem gut tut, beenden oder aufhören damit? Es ist einfach so, wir sind nun mal abhängig von vielen Dingen. Wir sind abhängig vom Essen und Trinken. Und da machen wir uns keine Gedanken, wann wir damit aufhören. Wir hören erst damit auf nach unserem letzten Atemzug, weil wir es dann nicht mehr brauchen. Und bis dahin können wir auch praktisch die Schüsselersalze einnehmen, ohne irgendwelche Gedanken zu machen. Wir werden davon nicht abhängig oder sonst irgendetwas. Ja, falls noch Fragen kommen sollten, habe ich noch etwas. Ich möchte mich noch ganz herzlich bedanken bei allen Unterstützern, die zum Beispiel eine Kanalmitgliedschaft bei uns in unserem YouTube-Kanal erworben haben. Damit unterstützen sie uns in unserer Arbeit. Wir stecken ja Geld und auch Energie dort hinein, dass wir diese Livestreams auch kostenlos anbieten. Und freuen uns immer wieder mal, wenn wir in irgendeiner Weise unterstützt werden. Dafür sage ich danke für das, was in der letzten Zeit wieder gekommen ist. Ja, und der nächste Livestream, der wird jetzt in gar nicht mehr allzu langer Zeit stattfinden. Und zwar, ich mache den dann wieder am Montag. Und zwar der erste Montag im April ist Ostermontag. Da ist Feiertag. Und deswegen wird am 8. April der nächste Livestream stattfinden. Und in den nächsten Tagen oder spätestens in der nächsten Woche werde ich das Thema dann auch bekannt geben, was dann gemacht wird. Es hat jetzt ja 15 Tage lang gedauert. Wir hatten ja das letzte Mal, es sollte ja glaube ich am 4. März stattfinden. Da hatten wir einen Internetausfall gehabt, weil in unserem Dorf wird zurzeit Glasfaser verlegt. Naja, und dann wurde wohl unter anderem auch unsere Internetleitung zerstört. Und von einigen anderen auch. Und ich glaube, es sind immer noch Leute, die immer noch kein Internet haben und kein Telefon. Wir gehören glücklicherweise nicht dazu. Wir können jetzt wieder auf Sendung gehen. Und ich hoffe, dass das heute auch gut geklappt hat mit diesem Livestream. Das alles ungestört ablief. Ja, und dann, wenn alles so weiter gut geht, technisch möglich ist, sehen wir uns dann am 8. April wieder. Ja, und es sind jetzt keine weiteren Fragen gekommen. Aber abschließend möchte ich nochmal sagen, die besten Schüsselersalze nützen überhaupt nichts, wenn sie nicht genügend schlafen. Denn Schlaf ist durch nichts zu ersetzen. Auch nicht durch Schüsselersalze, nicht durch Kaffee, durch nichts, ja. Und deswegen sehen Sie zu, dass Sie ausreichend schlafen. Und dann werden auch viele Mangelzustände im Körper sich auch deutlich verringern können. In diesem Sinne sage ich auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.